guten morgen schön dass du das video eingeschaltet hast ich heiße dirk oder nur gaun79 auf twitch es geht heute um den jonas baukasten und zwar gibt es davon zwei das einmal der nau baukasten und der creator plus in meinen videos nutze ich eigentlich ausschließlich den creator plus mit dem nau baukasten befasse ich mich gerade erst es gibt zwar schon ein zwei videos davon aber die meisten bezahlt über den creator plus weil mit diesem baukasten kann man dynamisch arbeiten das heißt man kann die inhalte seiner webseite outsourcen in eine tabelle und von die von dort immer abrufen die natürlich auch für mehrere anwendungen email marketing werbung social media wie auch immer als übersicht einfach nur als klare struktur verwenden ist für mich ein absoluter mehrwert mehrwert es geht ja hier um miet system und dort möchte ich auch so unabhängig wie möglich sein okay dafür besucht ihr vielleicht auch meine webseite s-inspiration.de oder eu damit würdet ihr mich auch supporten wenn ihr über den link über meine webseite geht dort habe ich auch ein bisschen was verfasst ihr könnt mir hier direkt schreiben über das kommt über dem kontaktformular ihr seht ihr aber auch ein bisschen was darüber wie ich den nau baukasten sehe für wen er geeignet ist und für welchen zwecke sich gut einsetzen ist genau okay dann würde ich sagen gehen wir einmal zum nau bereich für den nau baukasten und hier seht ihr auch direkt den könnt ihr bestellen ihr seht hier drei pakete und dahinter steckt auch wirklich nur der nau baukasten nicht der creator plus den ich verwende egal wer ich auch wenn ihr das höchste geht nimmt aber ihr habt ihr bestimmte module und das ist einfach ein bisschen anders aufgebaut gut dann kommen jetzt aber zum greater plus und hier habt ihr ein klares indiz und seht dass ihr den auch wirklich habt in bei denen könnt ihr einfach gar nicht bestellen das ist halt nur möglich über partneragenturen wie ich eine bin und würde mich freuen wenn ihr mich da supportet bin zwar eine partneragentur bekommen aber für die videos sicher hier mache nischt ist einfach von mir freier support um auch menschen zu erreichen die sich alleine dadurch kämpfen müssen die vielleicht auch nicht immer das interesse haben aber schon klar wissen ich brauche nur webseite dann nutzt bitte einen baukasten wenn ihr auch nicht das geld für ein budget habt für für eine agentur die euch da unterstützt und ich kann das nicht oft genug sagen agenturen ist eine gute sache aber nicht für webseiten die sollen euch bei den inhalten und darum geht es weil die sind entscheidend ok creator plus habe ich gesagt hier können nur über partneragenturen bestellen das geht auch ganz einfach und hier drunter unter dem menü button seht ihr den bereich connect er klickt dort einmal drauf dann kommt ihr zu meinem auftritt bei der jonas seht ihr auch mein portfolio könnt euch anschauen was ich bisher gemacht habe bewertungen meiner kunden und dann könnt ihr euch einfach mit mir in verbindung setzen dort euch ein und wenn ihr noch keine jonas kunde seid schreibt mir einfach über discord wurde citizen bin ich gleich unten unter den videos ein schreibt mich dort an wir können uns auch vorher unterhalten den screen teilen nachricht hinterlassen möchte euch da auch bitten ein bisschen geduld mitzubringen ich bekomme einige anfragen und damit ich dir auch in ruhe und auch jedem die gleiche aufmerksamkeit geben kann bitte ich euch da ein bisschen verständnis und geduld ok lockt euch einfach ein gebt mir die benötigten zugriffe damit greift dann auch mein kostenfreier support ich schaue mir eure seite an beantworte fragen im rahmen natürlich und wenn am ende dann auftrag bei warum kommt dann für mich ist das natürlich auch super freue ich mich auch riesig drüber gut dann würde ich sagen das war's ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wenn euch das video gefallen hat dann gibt mir gerne ein abo oder ein like das gibt mir auch immer support der algorithmus freut mich auch sich besonders über kommentare schreibt mir gerne eure fragen anmerkungen oder vielleicht einfach nur ein lob kommt auch immer gut an ist natürlich auch für mich eine große motivation weiter videos zu verfassen ok dann würde ich sagen besucht uns auf twitch abends morgens und abends ab 20 uhr der game ein bisschen wir unterhalten uns und haben einfach spaß miteinander und versucht uns auch im world of citizen und dann sage ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag hoffentlich scheint die sonne auch heute ein bisschen so wie gestern und dann sage ich mal bis zum nächsten mal tschüss bye Musik Musik